Die Folge 348 von Führung auf den Punkt gebracht. KI, Hype oder Trend? Vor zwei Wochen war ich auf einer längeren Autofahrt unterwegs und habe mir ein Hörbuch zum Thema OKRs reingezogen. OKR, das steht für Objectives and Key Results. Es ist eine Methode zur agilen Strategieumsetzung, eine Zielmanagementmethode. Während ich dem Hörbuch lauschte, kamen mir einige mögliche Kritikpunkte zu dieser Methode in den Sinn. Leider wurden die aber gar nicht in dem Hörbuch angesprochen. Tja, sogar im Gegenteil. Aus meiner Sicht wurde die Methode da quasi über den Klee gelobt. Also überlegte ich mir, mit wem könnte ich denn jetzt mal darüber diskutieren? Und anstatt nun jemanden anzurufen, öffnete ich ChatGPT und diskutierte mit dem, mit der, mit das. Also für mich war es in dem Moment ein dem, also ein er, weil mir ChatGPT mit einer Männerstimme antwortete. Und für die Sicherheitsbewussten hier unter uns, das funktioniert alles ohne, dass man die Hand vom Steuer nehmen muss. Rein per Audio. Ich nutze ChatGPT täglich, aber bislang hatte ich immer nur geschrieben und gelesen, also mit ChatGPT über die Tastatur kommuniziert. Jetzt saß ich also im Auto und sprach mit ChatGPT. Dabei habe ich so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich tat also so, als ob ich mit einem Bekannten spreche. Also einfach drauf los, ohne Punkt und Komma. Also quasi, also das mit dem UKR, das kann ja gar nicht so funktionieren, wie es da in dem Hörbuch rüberkam. Also ich weiß auch nicht, also irgendwie, man muss doch da auch bedenken, dass bla 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 bla. Und dann, wie siehst denn du das eigentlich, ChatGPT? Und jetzt antwortet es, beziehungsweise er, durchaus mit sinnvollen und hilfreichen Anmerkungen, die ich dann hin und wieder unterbrochen habe und wieder Fragen gestellt habe, beziehungsweise so meine Anmerkungen dazu gemacht habe. So ergab sich eine richtig, ja, lebende, lebendige Diskussion wie mit dem realen Menschen. Das Faszinierende dabei war, dass ich mich selbst dabei beobachtet habe, wie ich da im Auto fahre und mit einer Maschine rede, wie ich das sonst nur mit einem Menschen tue. In dem Moment bin ich aber auch ein bisschen erschrocken. Auf der einen Seite war es ja faszinierend. Ich habe überlegt, wie und wo könnte ich das denn noch nutzen? Kann ich ChatGPT beispielsweise beim Strategie-Meeting mit meinen Mitarbeitern als fünften Mitarbeiter quasi mit reinnehmen? Oder könnte ich zwei ChatGPTs miteinander sprechen lassen und kontroverse Meinungen austauschen lassen? Was kam dabei raus? Merkt ChatGPT dann, dass es mit sich selbst spricht? Also das werde ich demnächst mal ausprobieren. Dann kamen da aber auch andere Fragen hoch, wie, wo führt das eigentlich hin? Was wird diese Art der KI verändern? Verändern in unserem normalen Umgang miteinander, in der Gesellschaft, im Berufsleben? Diese Erfahrung mit ChatGPT will ich heute zum Anlass nehmen und Ihnen meine Gedanken und meine aktuelle Einschätzung zu künstlicher Intelligenz und Automatisierung vorstellen. Ich will so ein bisschen versuchen, Denkanstöße zu geben und Sie dafür zu sensibilisieren und anzuregen, sich mit KI zu beschäftigen, zumindest wenn Sie es nicht schon bereits tun. Denn ich bin überzeugt, dass KI nicht nur einfach ein Buzzword ist. Es ist eine Technologie, die einen signifikanten Einfluss auf sehr viele Bereiche in unserem Leben haben wird. Wussten Sie schon, dass 70% der HR-Verantwortlichen in Europa KI-Tools in ihren Prozessen nutzen? Das bedeutet aber auch, dass 30% gerade riskieren, den Anschluss zu verpassen. Denn schlussendlich wird niemand um das Thema KI herumkommen. Wer KI bereits nutzt, hat den Vorteil längst erkannt und wird in den nächsten drei bis sechs Monaten eher darauf zurückgreifen. Alle anderen, die geraten dadurch nur noch mehr in Rückstand. Das ist zumindest ein Ergebnis der Personio-Studie zum Thema KI als wichtiger Business-Faktor für HR. Das Unternehmen Personio ist Sponsor dieser Podcast-Folge und Personio bietet diese Studie gratis zum Download an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Personio bietet eine ganzheitliche HR-Plattform an. Ich empfehle die Software sehr gerne, weil damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfasst und bearbeitet werden. Es lohnt sich sehr, die Personio-Studie herunterzuladen, da sie auch einen Leitfaden beinhaltet mit wirklich praktischen Tipps, wie Sie KI gewinnbringend in Ihrem Unternehmen und besonders im HR einsetzen können. Gehen Sie einfach auf personio.de-hr-wissen-downloads-ki-whitepaper oder klicken Sie einfach auf den Link in den Shownotes. Ich denke, das ist das Beste. Was genau versteht man eigentlich unter künstlicher Intelligenz? Der Begriff ist allein schon deshalb schwer zu definieren, weil es ja bereits an der genauen Definition von Intelligenz mangelt. Für diese Betrachtung ist wahrscheinlich die folgende Definition ganz hilfreich, die mir ChatGPT vorgeschlagen hat. KI bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen oder Software, Aufgaben zu erledigen, die menschliches Denken, Lernen oder Problemlösungsfähigkeiten erfordern. Das Ziel dabei ist es, intelligentes Verhalten zu ermöglichen, also Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen oder zu lernen, ohne explizit dafür programmiert zu sein. Beispiele hierfür sind Bilderkennung wie das Erkennen von Gesichtern, Sprachverarbeitung, zum Beispiel Chatbots wie ChatGPT und Vorhersagemodelle, also beispielsweise Absatzprognosen basierend auf Verkaufsdaten. Im Gegensatz dazu beschreibt üblicherweise der Begriff Automatisierung den Einsatz von Technologien und Maschinen, um wiederholbare regelbasierte Aufgaben ohne menschliches Eingreifen durchzuführen. Bei Automatisierung geht es dann um Effizienz, Kostensenken und Fehlerquellen zu minimieren. Genutzt wird diese regelbasierte Automatisierung beispielsweise in Produktionsanlagen, also da, wo Prozesse klar definiert sind und wiederholbare Aufgaben automatisiert werden können. Künstliche Intelligenz hingegen, die hat keine festgelegten Regeln, sondern die hat durch Daten gelernt. Dadurch ist das dynamisch und adaptiv und so dann für offene, komplexe Probleme nutzbar, also wie Chatbots oder sowas wie autonomes Fahren. In der Praxis wird nun versucht, Automatisierung und KI zu kombinieren, um so dann noch leistungsfähigere Systeme zu schaffen. Das wird dann als intelligente Automatisierung bezeichnet. Wie weit ist man da aktuell? Was man so mit KI alles Tolles machen kann, das hört sich häufig so an, als ob die KI demnächst alles machen könnte. Das stimmt aber so nicht. Dazu möchte ich mal eine meiner Erfahrungen kurz beschreiben. Vor wenigen Monaten habe ich mich intensiv mit sogenannten Customized Chat-GPTs beschäftigt. Damit kann man sein eigenes Chat-GPT bauen, also quasi Chat-GPT anweisen, das eigene Wissen, was man hat, als Basis für die Antworten zu nutzen. Dabei kann man dann auch genau sagen, wie sich dieses Customized Chat-GPT zu verhalten hat. So wird das dann zu einer Art individuellem Chatbot. Ich nenne den meinen Chatbot Frag Bernd. Ziel war es, dass mein Chatbot Fragen zur Mitarbeiterführung so beantworten sollte, wie ich das tun würde. Also zum Beispiel auf die Frage, ich habe einen schwierigen Mitarbeiter, der fällt sich so und so, was soll ich tun? Darauf sollte dann Frag Bernd so antworten, wie ich das dann normalerweise tun würde. Dazu habe ich ihm mit meinem Buch, wie auch verschiedenen Podcast-Folgen und allen Skripten meines Crash-Kurs Mitarbeiterführung gefüttert. Die Antworten, die mein Chatbot Frag Bernd dann gegeben hat, die waren auch gar nicht schlecht und die waren durchaus hilfreich. Und durchaus auch ähnlich einer Antwort, wie ich die dann so normalerweise geben würde. Allerdings gab es ein großes Problem. Frag Bernd halluzinierte. Seine Antworten an sich waren sinnvoll, aber ich wollte dann von Frag Bernd wissen, in welchem meiner Videos des Crash-Kurs Mitarbeiterführung finde ich denn weitergehende Infos. Schließlich hatte ich ja die Videoskripte mit klarer Beschreibung, Nummern und allem Möglichen hochgeladen. Die Infos waren also da. Allerdings behauptete nun Frag Bernd, dass es beispielsweise weitere Infos zu schwierigen Mitarbeitern in Modul 3, Video 3.4 geben würde. Das stimmt aber nicht. Dieses Video, das gab es gar nicht. Und solche KI-Halluzinationen, die sind häufiger. Das sind erfundene Antworten oder Daten, die semantisch korrekt erscheinen, aber faktisch falsch sind. Frag Bernd gab also Antworten, die sich gut anhörten, führungstechnisch auch durchaus Sinn machten und super formuliert waren. Ging es aber um eine klare Zuordnung, um Fakten. Also beispielsweise regelbasiert ein Video zuzuordnen. Ja, dann kam Murks raus. Dieses Beispiel verdeutlicht ein Problem von KI-Systemen wie zum Beispiel Chat-GPT. Wenn Menschen KI-Blind vertrauen, dann können sie leicht dazu verleitet werden, falsche Informationen zu glauben und dann auch zu verbreiten. In Wissenschaft, Medizin und Politik ist das hochproblematisch. Aber auch im Business-Bereich ist das ein Problem. Stellen wir uns vor, wir wollen die ganzen Daten und Dokumente eines Unternehmens in ein internes Unternehmens-Wiki packen. Das verknüpfen wir dann mit einer KI, um so den Mitarbeitern zu helfen, effizienter alles zu finden, effizienter zu sein und Daten und Informationen schneller zu finden. Da will ich aber nicht, dass die KI halluziniert, oder? Ein wirklicher Faktencheck ist da absolut notwendig, sonst können da ganz unschöne Sachen passieren. Verlässlich sind aber solche Systeme zumindest aktuell noch nicht. Ich bin gespannt, wann es da funktionierende Systeme gibt, die dann hoffentlich mit diesem Problem erfolgreich umgehen können. Aber egal, wie sich das alles entwickeln wird, eines scheint mir ganz entscheidend zu sein, schon aktuell. Wer sich jetzt nicht mit KI beschäftigt und einfach mal hingeht und ein bisschen rumprobiert und so rauskriegt, was geht und was nicht. Wer das nicht macht, der wird bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren abgehängt. Erinnern Sie sich noch, was manche Leute so Anfang der 2000er Jahre gesagt haben? Ja, das mit dem Internet, das ist nur ein Hype. Das geht schon wieder weg. Hm. Was bedeutet das denn für Sie? In vielen Gesprächen mit Unternehmern höre ich immer wieder, dass viele Unternehmer selber durchaus sich schon mit KI beschäftigen und vielleicht sogar auch schon KI einsetzen. Die arbeiten und testen bereits ChatGPT, Google Gemini, Cloud, Perplexity oder Co-Pilot. Aber was ist mit deren Mitarbeitern? Was ist mit den Führungskräften in solchen Unternehmen? Und da muss ich leider sagen, das sieht nicht schön aus. Viele von diesen Mitarbeitern sind so in ihrem täglichen Tun gefangen und glauben keine Zeit dafür zu haben und haben auch manchmal keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Andere haben regelrecht Angst vor KI und wiederum andere, die sagen sich, ach Gott, bei mir sind's sowieso nur noch acht Jahre bis zur Rente. Da muss ich mich mit dem neumodischen Kram doch nicht mehr beschäftigen. Lass das mal die Jungen machen. Na, wenn die sich da mal nicht vertun. Der Internationale Währungsfonds drängt unter anderem Deutschland dazu, sich rasch auf die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz vorzubereiten. Besonders hochqualifizierte und auch besonders ältere Menschen können von schwerwiegenden Folgen der KI betroffen sein. Der IWF ruft Volkswirtschaften wie Deutschland dazu auf, frühzeitig auf die bevorstehenden Veränderungen durch KI zu reagieren. Neben Investitionen in die Forschung betont der IWF, dass es entscheidend ist, Bildung, Arbeitsmärkte, Steuerpolitik und Sozialsysteme grundlegend zu überdenken. Andernfalls warnt der IWF vor hochgradig disruptiven Szenarien. Ich habe leider nicht das Gefühl, dass da bei uns in Deutschland aktuell viel in dieser Richtung von der Politik unternommen wird. Die sind eher mit sich selbst beschäftigt und ich befürchte, von denen ist in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, nichts zu erwarten. Die Automatisierung durch KI könnte bis 2030 in Deutschland bis zu drei Millionen Arbeitsplätze betreffen, laut einer Studie des McKinsey Global Institutes. Viele Arbeitnehmer müssen sich anstrengen, um nicht zu denjenigen zu gehören, die durch den Einsatz von KI stark benachteiligt oder sogar überflüssig werden. Es geht nicht mehr nur um die repetitiven Tätigkeiten, sondern zunehmend auch um komplexere Aufgaben, die bislang spezialisierte Fähigkeiten erfordern. Die werden von KI übernommen. Also nochmal, was können Sie da als Unternehmer und Führungskraft tun? Lassen Sie es mich mal so zusammenfassen. KI ist kein vorübergehender Hype, sondern eine tiefgreifende technologische Entwicklung, die nahezu alle Branchen beeinflusst. Sie als Unternehmer müssen sich mit KI auseinandersetzen, um zukunftsfähig zu bleiben. Das gilt aber auch für Ihre Mitarbeiter. Sie als Unternehmer und auch als Führungskraft sollten Ihre Mitarbeiter dabei unbedingt unterstützen. Wie können Sie das tun? Drei Punkte. Erstens, machen Sie sich vertraut mit den vielen kostenlosen Tools, die es da draußen gibt. Sei es Chat-GPT, MidJourney, Perplexity, was auch immer. Spielen Sie damit rum und ermuntern Sie Ihrem Mitarbeiter, das Gleiche zu tun. Aktuell gibt es keine wirklichen Experten mit langjähriger Expertise da draußen. Wie auch? Alle spielen rum. Warum ist das so? Weil sich das alles so schnell ändert. Denken Sie dran, Sie müssen nicht alles wissen und können. Das geht gar nicht. Sie müssen da adaptiv und spielerisch dran gehen. Dann bleiben Sie auch im Rennen. Zweitens, besuchen Sie Online-Kurse und Webinare zu KI. Folgen Sie Leuten, die sich täglich damit beschäftigen. Tauschen Sie sich aus mit anderen und gerne auch mit Ihren Mitarbeitern, wie die im täglichen Tun KI einsetzen. Beispielsweise Texte mit Chat-GPT verbessern, eine Stellenbeschreibung mit Chat-GPT verfassen oder eine Liste von Fragen für ein Vorstellungsgespräch damit zusammenstellen. Ich kenne viele Mitarbeiter, die sich so schwer tun, einen einfachen Text oder eine E-Mail zu schreiben. Chat-GPT kann da effizient für genutzt werden. Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, wie Sie das machen und wie dann auch Ihre Mitarbeiter das machen können. Laden Sie sich die Personio-Studie herunter. Sie beinhalten Leitfaden, wie Sie KI in Ihrem Unternehmen und besonders im HR einsetzen können. Den Link, wie schon gesagt, den finden Sie in den Show Notes. Und drittens, legen Sie den Fokus darauf, auf KI nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu verstehen. Es ist ein hocheffizientes Werkzeug, wenn man es richtig einsetzt. Diejenigen, die zukünftig KI als Werkzeug in ihrer Tätigkeit nutzen, die werden hochgradig effizient sein. Und die anderen, die es nicht nutzen werden, die werden verlieren. Deswegen seien Sie und Ihre Mitarbeiter auf der Gewinnerseite. So, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer zum Abschluss darf unser passendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von einem eher nachdenklichen Physiker, der leider schon verstorben ist. Stephen Hawking. KI ist wahrscheinlich das Beste, oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Vielen Dank.